Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute fangen wir gemeinsam mit der Walking Dead Michonne an. Ein neues Walking Dead Game, eine Miniseries, dreiteilig um genau zu sein. Heute ist Teil 1 herausgekommen, Teil 2 und 3 folgen jeweils März und April. Und die Story ist komplett losgelöst von allen anderen Walking Dead Games. Das beleuchtet so ein bisschen Michonne. Ich bin auf jeden Fall megamäßig gespannt, weil Michonne ist ja in der Serie durchaus noch so ein klein wenig mysteriös. Man hat zwar schon einiges belichtet, aber definitiv noch nicht alles. Wie gesagt, Teil 1 ist heute herausgekommen, Teil 2 folgt im März, gewähre keine Obdach und Teil 3, was wir verdienen, kommt dann im April raus. Und natürlich fangen wir schön mit Folge 1 an. In dem Sinne, zurücklehnen, entspannen, viel Spaß. Ich lasse so viele Leute, die ich liebte, hinter mir. So viele, dass ich sie gar nicht vergessen kann. Aber es sind zwei, nur zwei, die ich nie vergessen kann. Ich dachte, ich war fertig mit ihnen. Aber sie sind nicht fertig mit mir. Okay, Michonne ist auf jeden Fall ziemlich fertig. Und wir die zwei Kleinen sind, keine Ahnung. Ich bin te seems, die Mattel-Jazeim, das so schon ganz gut gef insistiert. Oh, oh, oh. Ich schüße Sie auf jeden Fall, ja. Oh, oh. Okay, wir dürfen mal Zombies punchen. Sehr schön. Wieso sie eine Machete hat und kein Katana? Ich verstehe es nicht. Okay, da kommt der erste Kollege. Und. Ah, fuck it. Das ging schnell. Und ich bin schon tot. Grummel. Ich hasse Zombies. Gut, kann jedem mal passieren. Bin ein bisschen eingerostert im Zombie-Töten. Heu, 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 heu. Oh, das schaut ja mal übel aus, Leute. Und wir schauen jetzt so, wie wir sie kennen. In einem schönen Blut verschmiert. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ui, 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 ui. Gebrutzelten Zombie. Komm schon, komm schon, Zombie. Die alte, die ist so schräg drauf. Mal ganz im Ernst, Leute. Wer so eine als Frau hat, die hat echt große Probleme. Niemals betrügen. Alter Schwede. So gefallen mir Spiele. Richtig schön gewalttätig anfangen. Und Kopf ab, komm schon. Einmal geht noch, alle guten Dinge sind drei. Finishing. Das ist jetzt so, wie wir sie immer so kopflos sind. Ach komm schon, du bist frittiert. Bleib liegen. Bleib einfach liegen. Der Stiefel des Todes. Du solltest deinen Fuß aus dem Feuer nehmen, das ist ungesund. Lady. Hey, thanks. Hey, thanks. Ähm, ich will nicht laden. Das ist nur eine Kugel, sowas hält man sich auf. Nein, nein. Böse mich schon. Some days I envy the dead. Böse mich schon. Denk gar nicht dran. Nein. Nein. Mich hat jetzt echt interessiert, was passiert wäre, wenn ich lass los gesagt hätte. Nein. 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 Okay, Leute, ich brauche den Soundtrack, unbedingt. Awesome. Richtig, richtig awesome, Leute. Schauen wir mal, ob mir die GEMA ans Bein pisst und ich sie in Deutschland nicht uploaden kann. Wie geil. Wie, da gab es noch einen Programmierer. I doubt. Folge 1 verwickelt und verstrickt. Mama, wo sind Sie? Fuck. Can't sleep, anyway. Rashid, come in. Over. Vanessa, you there? Goddammit. Hey, Pete. Schauen. What are you doing now? Your shift isn't for another hour. Couldn't sleep. Having those nightmares again. You holding up okay? We'll worry about you. You're not the easiest to read. It's hard to tell how you're really doing. Well, I'm not great. Hang in there. This stuff you're dealing with. It's not gonna go away overnight. Just please tell me, if, you know, if it gets as bad as it did. I just need to keep busy. Er meint wohl die Hallos. Get down here. Rashid is taking your ship. Two minutes. I still haven't heard from Rashid or Vanessa. It's not like those guys to be in contact with this long. We trade every time I come through. Same spot. Everything's just gone. Just doesn't make sense. Their boat is always anchored. Right on the dock. Vanessa! They might have moved on. Left the area. Immer positiv denken, Leute. Not without telling us, that it left a message behind or something. They wouldn't just disappear. Ja, dann sind sie halt tot. Maybe they can pass by again on our way back. Listen. You hear it? You hear it, right? It sounds like a woman's voice. Vanessa, that you? I hear static? No, no. It's more than just static. Pete. Michonne. Again, with the shortwave? I'm not just giving up. This bay was full of boats just a year ago. They went somewhere. If they left, it was probably for good reason. Then I want to know why. Hello? Hello? Can you hear me? Hello? You heard it that time, right? She said help. I don't know, Pete. Didn't sound like Vanessa. But it's someone. She might know what happened here. No, damn it. We're losing the signal. Look, if we don't start caring about the people that are out there, we're no better than the damn walkers. All we'll find out there is trouble, Pete. I mean it. What's the point in just surviving? All right. So let's help her. At least someone gets it. You're the only one on this boat that even comes close to understanding. Not Berto. Not Sadiq. Especially not fucking Oak. You know there are people worth helping. Take over from you, okay? I'm gonna turn the boat around. Okay, das war wahrscheinlich eine schlechte Entscheidung. Wahrscheinlich sterben wir jetzt darum. Leuten in so einer Zeit helfen ist einfach... Was ist hier? An-Ausschalter? Schauen wir mal hier. Okay. Okay. Are you in danger? Oh, schon wieder, Leute. Hör auf an dem D-Knopf zu spielen. Anything? Ich hörte sie. Barely. Ich wusste es. Oh, das ist eine schlechte Idee, Pete. Du willst mehr Menschen finden. Du wirst vergessen, was Menschen wie. Nicht gut, Leute. Was? Du bist alles in Ordnung? Danke für die Begriffe. Jesus. Oh, geh die Begriffe unter Kontrolle! Das scheiße auszulieb. Du musst einfach ein bisschen nach oben auszulieb. Richtig zu einer fucking Rock. Hey, ich habe die Wasser für Jahre lang. Hier gibt es keine Rocks. Und dann was das überhaupt in Ordnung? Was ist das? Something anders. Du sagst dich selbst. Was ist das passiert hier? Der Ort ist nicht sicher, Pete. Deine Freunde sind weg. Und jeder, die Angst zu haben, wird uns zu finden. Ich habe gesagt, das war eine schlechte Idee. Du bist nur Paranoid. Das ist nicht Paranoia, wenn du richtig bist. Wir sind nicht hier, woher zu gehen. Wir sollten nicht aufhören. Wir müssen uns nicht mehr Zeit aufhören. Wir wissen noch nichts. Sie ist richtig. Die Frau auf der Shortwave. Was, wenn sie ein Teil davon ist? Leute, zusammen! Oak! Sadiq! Get die Sails tiefer! Once wir check for damage, we can haul off. Ease our way out. Go on! Michonne, was sie genau gesagt hat? Sie sagte etwas über die Familie. Ich kann nicht mehr sagen. Michonne, take these. See if you can figure out what we got stuck on. Just... See if we're close to anything. I mean, I need to know what our options are. We just need to get ourselves moving again. For all our sakes. Genau so ist es, Leute. So, aber... Das reicht für den Part erst einmal, würde ich sagen. Denn wir werden wahrscheinlich nur 1-2 Stunden Zockzeit haben. Daher werden die Parts dieses Mal ein klein wenig kürzer. Wir sehen uns allerdings im nächsten Part bald schon wieder. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Vergesst die Bewertung nicht. Schreibt, lasst die Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao! Bis dahin. Ciao!